Oh, dann gucken wir doch mal. Ne, okay. Komische Minisergasse. Ist hier also nur ein Weg, dem wir folgen können. Oh, 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 oh. Ein großer Raum am Geben von Wasser. Der mitten durch unsere Schrift führt. Okay. Das ist sehr komisch. Und, oh, oh. Ähm. Slightly worn wand. Schalter, wie wir schon markieren. Schalter. Könnte gut sein, dass euch der Wasserpegel gesenkt wird. Und hier sind nochmal irgendwelche Knöpfe. Aber ja, nichts anfassen bevor wir nicht wissen, ob hier nicht noch irgendwo was anderes ist. Wie zum Beispiel eine Erklärung. Die große Treppe. Große Treppe. Sieht eher aus wie ein Haufen Schrott. Ja. Muss alles eingestürzt sein. Hm. Okay. Oh, das Ding ist vorbei. Gut. Das war nämlich ein wenig irritierend. So. Vielleicht sehen wir mit dem Licht hier etwas anderes. Aber nö. Einfach nur ein eingestürzter Bereich. Okay. Nordwesten. Nordwesten. Norden. Nordwesten. Ähm. Das ist sehr verdächtig. Ja. Keine Tür. Bist du friedlich? Aha. Ein weiterer ist gekommen um den Chaos. Was? Nein. Äh. Na gut. Lasst uns sehen, wie schnell wir dich erledigen können. Schnee. Das weiß ich. So. Kommt hinterher. Kommt hinterher. Lauf, 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 lauf. Umdrehen. Tür zu. Nein. Au. Komm schon. Aha. Getroffen. Komm, 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 komm. Oh. Aber die Rüstung hat sich auf jeden Fall schon bewährt. Immer noch grün. Sollten Heilsauber laden. Sollten Heilsauber laden. Sollten Heilsauber laden. Er ist immer noch grün. Komm schon, wir haben nicht so oft getroffen. Oh, er ist gelb. Okay, okay, okay. Was kriegen wir hin? Wir müssen nur oft genug ausweichen. Und, ey. Er ist tot. Sehr schön. Also, du kommst erstmal mit. Was haben wir da? Ein Juwelien besetzendes Schwert. Okay, eine Rüstung. Markieren. Sword. Ritter kann weg. Ritter kann weg. So. Also, der wäre tot. Das heißt, wir können dem einen NPC hier Bescheid sagen. Das ist schon eine ganze Weile her, dass er uns den Auftrag erteilt hat quasi. Oder wir gesagt haben, dass wir es für ihn machen werden. Der wird sich bestimmt freuen. So. Hallo Beaton. Du scheinst, Roderick Musik zu haben. Ich danke dir von der Tiefe meiner Seele. Ja. Mhm. Nun kann ich endlich nach Hause gehen. Bitte schön. Äh. Belohnung? Es kommt davon, wenn man Gutes tut. Also ja, vielleicht wenn dein Herr zu Hause angekommen ist, hattest du was anderes zu erzählen. Ja, bis dahin hält sich das in Grenzen. Achso. Und das Ding kann auch weg. Mit dem Talisman und dem Edelsteinschleifer und was weiß ich. Joa. Da geht's runter. Aber ja, wir gehen mal wieder da und zurück. Also Norden, wo der Ritter war. Hoch. Hoch. Hier rum. Alle Wände mal angucken, ob irgendwo auf der anderen Seite auch eine Geheimwand ist. Das könnte sein. Hoch. Ja. Geheimwand. Und hier wird sein Reich sein. Mit dem Schlüssel bestimmt. Den hat er ja dabei gehabt. Genau. Klick. Komm schon. Gib mir ein Talisman Teil. Ne. Nur schnödes Gold auf dem Fußboden. Und eine Ratte. Das war bestimmt seine Hausratte. So. Ganz schön weitläufig. Und zerstört. Da ist noch eine Ratte. Alihopp. Alihopp. Komm schon. Ich will jetzt nicht limitieren wegen dem... Ah, okay. Kaputsch. Hm. Ne. Secret Door. Also habe ich echt ein Auge für die. So, was haben wir denn da? Standarte der Ritter. 23 Münzen. Und... komische Knöpfe. Ah. Gold und Silber. Das wird jetzt das Rätsel sein. Ähm. Okay. Was sagen meine Unterlagen? Meine Unterlagen sagen... Wir haben einmal Sir Averill. Das war Silber, Silber, Gold. Also beide sind standardmäßig oben. Silber. Silber. Gold. Abgeschlossen. Okay. Und wir haben den anderen. Der war Silber, Gold, Gold. Silber. Gold, Gold. Silber. Okay, beide wieder nach oben. Silber. Gold, Gold. Abgeschlossen. Passt nicht. Ähm. Beide unten. Nur du unten. Nur du unten. Nein. Nein. Äh. Das ist jetzt komisch. Hm. Silber, Silber, Gold. Silber, Gold, Gold. Hintereinander ausführen. Okay. Wir nehmen zuerst... ...Cervéryl und dann Céunion. Wenn das nicht ist, dann andersrum. Also... Silber, Silber, Gold. War der eine. Und jetzt... Silber, Gold, Gold. Der andere hinterher. Hat nichts gemacht. Okay? Ausgangstellung. Und jetzt andersrum. Also Sirleon zuerst. Silber, Gold, Gold. Silber, Silber, Gold. Aha. Sehr schön. Was haben wir hier? Eine perfekte goldene Platte. Oh, gar keine Plattenrüstung. Ich bin irgendwie von einem Brustpanzer ausgegangen. So, das kann alles weg. Tränke sind eh random, weil wenn ich hoch genug Lore habe, um zu wissen, was die machen. Können wir dich jetzt mitnehmen? Ja. So, dann noch eine Notiz, die kann da rein. Was steht bei dir drauf? Eine Eulogie für Sir Ingvar. Sir Ingvar. Und eine Serviceable Maze. So, das heißt, wir können hier mal hinschreiben, Trinke. Wir können hier weiter das erforschen. Und danach können wir zu den Rittern zurück und eine weitere Queste abgeben, um mehr zu werden als ein Ritter des Ordens. Das waren jedenfalls die Worte des Anführers des Ordens. Und mein Verdacht ist, wir kriegen dadurch Zugriff zu der einen Kammer. Und da ist dann hoffentlich das Schild drin. Oder die Klinge. Noch eine Secret Tower. Äh. Auge? Debris, Debris. Das war's drunter. Gold Chain. Zu schwer. Ich will eh nicht wirklich eine Goldkette haben. Wir haben so viel Gerümpel und Zeug rumliegen. Wir haben gar nichts, was wir kaufen wollen. Auge? Ne, 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 okay. Gold, neiges lassen wir auch alle liegen. Hätte man Krieger spielen sollen mit richtig viel Stärke. Oder einfach nicht immer die dickste Rüstung anziehen. Aber ich glaube, gerade die dicke Rüstung und das wir alles repariert haben beim Zwerg. Hat der Unterschied jetzt ausgemacht. Obwohl, was ist da denn? Sja. Dadurch, dass die jetzt alle exzellent und serviceable war, haben wir fast keinen Schaden bekommen. Vor wurden wir getu-hitted. Das ist nicht so schön. Secret Tower. Noch ein Trank. Und ein Becher. Lederschuhe. Brauchen wir einen Becher? Ja, einen Cup. Ööö. 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 Du? Bist du schwer? Du bist eine Eulogie. Ich nehme mal mit. Ööö. Du bist eine Notiz, die wichtig ist. Müssen wir jetzt echt die Rubine wegschmeißen? Oder den Zauberstab. Zauberstab kommt weg. So, du kommst mit. Auch wenn ich nicht weiß, ob du der richtige Becher bist. Du bist auf jeden Fall schon mal ein Becher. Dann sind wir ja echt auf einem guten Weg. Wir haben das halbe Schwert. Wenn es das Becher, wenn der Becher, der Becher ist, haben wir das Schwert demnächst. Wir haben den Becher. Wir haben dieses Weinflaschending vielleicht. Fehlt nur noch Standarte, Schild und Buch. Standarte bekommt jemand, der eine große Ehre zuteil wird. Also vielleicht kriegen wir die gleich. Und sonst kriegen wir bestimmt das Schild. Irgendwas werden wir für die Goldene Platte bekommen. Von den Sachen hier. Bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, es fehlen nur noch zweieinhalb Sachen. Sehr schön. Also Osten, hierher zurück. Richtung NPC. Und hier Richtung Orden des Krux Fatales. Hallo, du. Ich habe momentan keine Zeit. Ich will zurück zu meinen Kameraden. Ja. Also müssen wir da ebenfalls warten, bis er bei seinen Kameraden ist. Und dann wird er uns irgendwas Neues sagen können. Sollte ich mir auch aufschreiben. Bevor ich das vergesse. Bieden bei den Rittern. Wieder ansprechen. Ausrufezeichen. So. Süden. Dann gleich rechts abbiegen zu den Offizieren. Genau. Klick. Schon mal die Goldplatte rausholen. So. Und die Tür dahinter, das meinte ich übrigens. Die wird bestimmt gleich aufgemacht. Hallo, du. Du hast den Bastard Ritter dem Norden umgebracht. Ich danke dir für die Ehre, die unserem Orden wiederhergestellt wurde. Ich offeriere dir die Standarte der Ehre. Mein Dank. Ich fühle mich geehrt. Und wir haben keinen Platz für die Standarte der Ehre? Wir schmeißen sie gleich auf den Boden, weil wir keinen Platz haben. Sehr schön. Findet eine goldene Standarte und hält sie vor dich. Hier ist sie. Trage sie mit Ehre. Okay. Ich danke dir. Plupp. Da ist sie. Ähm. Ähm. Ja. Tschüss, Rubine. Kein Platz. Ähm. So. Da rein. Rubine. Zu schwer. Ähm. Also. Goldene Platte können wir schon mal löschen. Dafür schreiben wir dahin. Vier. Rubine. So. Ähm. Jetzt würden wir ihn gerne nochmal ansprechen. Wo bist du hin? Da wirst du. Wie in der Goldene. Du bist der Falsche. Das ist der Falsche, ja. Ich könnte Hilfe bei meinen Kampffertigkeiten benutzen. Gebrauchen. Ja, das Mantra Q ist für Keulenwaffen. Das ist doch mal praktisch. Könnten wir direkt das erhöhen. Also K. O. H. Maze. Danke. Aber mit dir wurde ich eigentlich sprechen. Ich. I have succeeded. Hier ist die Platte. Die Queste ist erfüllt. Vielen Dank und gut gemacht. Alle Dinge, die dem Orden gehören, gehören jetzt auch dir. Ich habe die Tür zur Waffenkammer geöffnet. Und du darfst da hingehen und nehmen, was du für die Queste brauchst. Suche die Tugenden durch dich selbst und durchstöpere die Kolonie. Viel Glück und viel Ehre. Waffenkammer, geh weg. Weib. So. Was haben wir da? Serviceable Tower Shield. Excellent Broad Sword. Excellent Plate Gauntlets. Excellent Plate Leggings. Excellent Breast Plate. Ja. Hier können wir uns definitiv neu ausrüsten. Ähm. Haken ist allerdings. Ihr könnt es nicht tragen. Und was machst du? Du hast die Tür zugemacht. Ähm. Ja. Okay. Wir können uns das im Notfall hier einsperren. Wir haben also auch einen Panic Room bekommen. Äh. Geheimwand. Nein. Ja. Plate Gauntlets haben wir schon exzellente. Wir können es einfach nicht tragen. Da führt kein Weg drum rum. Also die Hose können wir nicht tragen. Serviceable Helm mit. Achso. Helm ist ja schon von den Rittern. Stimmt. Da brauchen wir kein neues. Broad Sword. Du wirst mehr wiegen als eins. Ja. Wie gesagt. Schön zu wissen, dass es hier ist. Aber anfangen können wir damit gar nichts. Das heißt, wir speichern jetzt ab. Und danach überlegen wir uns, wo genau wir weitermachen können, müssen, wollen, wie auch immer. Also du bist dann ja. Und dann noch ein wenigstens. Und dann bis zum nächsten Mal.